Dank Ihnen fühlen sich die guten Leute in dieser Stadt wieder sicher und unsere Feinde schlottern vor Angst. Ich sage, es ist Zeit, sie aus ihren Schlössern zu werfen, um denen, die zu uns stehen. Klar zu machen, ebenso wie jenen, die gegen uns sind, dass wir nicht zögern werden und keine Kompromisse machen, dass wir niemals aufgeben werden. Wir werden jedes Opfer bringen und siegreich sein. Koste es, was es wolle. Ich habe auch gestartet. So, Hallihallo meine Freunde, herzlich willkommen hier zurück zur Sonderspezialeinheits-Division 2 in Washington DC. Zum Einsatz stehen bereit die liebe gute Aka Anne. Aye. Haben wir direkt aus dem Urlaub geholt mit Schnorchel und allem drum und dran, ist sie hier aufgetreten. Und liebe gute Daddy, Daddy war in Österreich unterwegs, hat noch einen dicken Pulli an, Mann aber wohl gehört, hat Washington DC Redden war am Start, ist hierher geflogen. Und jetzt geht's los, ein bisschen ein Kontrollverlust. Hi. Wir haben nicht so viel Zeit heute zum Aufnehmen, darum das schnelle Runterraten. Genau, wir haben markiert, also los geht's. Genau, auf geht's. So. Ich kann euch hinterher. Ihr wisst ja worum es geht, wir müssen ja nichts mehr großartig erklären, ne? Ja, nach über 40 Morgen. Also, ein Bienchen und Blümchen. Nein, das abknallen, gut ist. Oh, wie schön das ausschaut. Ah, da oben. Ah, da oben. Ah, ja. Ist das schon unser, unser Dienst? Ne, das ist ein Disziplin. Ist wer anderer? Nein, danke. Weiter. Ach, das Scheißdreck ist das. Ah, da drüben ist es gleich. Ich genieße gerade die Sonne. Ja, endlich ist er mal schon hell. Jetzt, was ist er dunkel? Und ich hab mich eingecremt. Du hast mich eingecremt? Du hast perfekte Outfit für die Sonne, ne? Oh ja. Ich auch mit meinem Pullover. Oh, Leute, hinter uns stehen Feinde. Hinter uns. Ach, da. Da läuft's umher. Ja, da tanzt doch er. Warte, war? Mama, so rechts. Gut holen. Easy. USC, alles toll. Aber wie gesagt, keine Zeit heute. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen vorwärts kommen mit dem ganzen Spiel. Wir hängen ja viel zu lange rum. Wir machen heute einer Big Term Rush. Wir holen jetzt die Kontrollpunkte, weil die müssen wir ja einnehmen. Genau. Achtung. Habt ihr Kontakt? Na. Doch. Die nicht. Doch. Anna? Na vor uns, Daddy. Ah, die stehen gegen die Sonne, ne? Ja. 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 Ich haue mir eine Suchermine raus. Der kann sich wohl verstecken. Der kleine Affenarsch. Ah, da oben überall steherns. Verstärkung unterwegs. Ha, 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 ha. Hi, Robach. Zivilisten in Not. Hallo, Anne. Ich bin mal hier hochgegangen. Es war mal so frei. Ja. Ich hab dir einfach mal eingegangen. Holst du mir auf den Fuß, ja? Ja. Schwer gepassender Feinterkampf. Okay. Okay. Ich kann mich nur nach dem Ziel rollen. Ja, ich kann nur ins Dunkle schießen. Ich hab mir jetzt ohne Weiß schon was gemacht. Ich geh bald weg hin, bis der Feuer schießt, weil der Irrer, der große Irrer kommt ins Klausch. Oh, scheess. Ich bin voll im Feuer. So, dann haben wir den fetten. Der ist weg. ėj, ne? Danti, bist du gesund hast? Ja, passt ja, passt ja. Oh! Achtung! Oh, da ist er. Ok. Na da! auch natürlichen soundbar Ja, ich auch. Wo ist denn der Flamme? Nein, nein, nein! Ja, ich hab meine... Ich hab schon geworfen, meine... Suchamele. Oh, hinter mir? Da, neben mir, ist einer! Immer denk, du tust da... Boah! Das war jetzt schön genug. Hinter uns schon wieder, ja? Ja. Habst du wieder diesen eklischen Sound bei dir? Dass Obis auch da mal was machen können, das wär ganz cool. Achtung, der ist am... Oh, das ist so... So einen Sound, das hab ich gerade. Ja, ne? Bei mir passt das Sound. Registriere zusätzliche Feinkontakte. Oh, von hinten? Von links hinten? Doch. Wir sind alliierter. Alter, von zwei Seiten. Fuck. Warte, komm bitte weiter zurück, Rob. Warte. Wenn's geht. Okay. Ich kümmere mich, ich kümmere mich. Macht ihr nach vorne? Ja, die sind ja alle da, wo sie sind. Die kommen ja von da. Ja, da ist ankammer. Okay, sehr gut. Das Ziel ist da in Gefahr. Dann hol ich mir die jetzt von hinten her, wenn die auf euch schießen. Nein, die kommen ja, die sind ja, die kommen von deiner Richtung. Ja. Okay. Achtung, Arne, da kommen wir. Ja, ich seh noch. Ja, ich seh noch. Geht schon, Suchermine. Du, du deine Arbeit. Suchermine. Der war hier. Der war da. Der war da. Der war da, ist für mich gar nicht. Bewöhnte Kämpfer in der Nähe. Bitte keine dich. Nein, stehen, Junge. Please hold the line. Okay, okay, hier ist noch mehr, ne? Achtung, sie kommen ja wieder. Ja. Aus dem Tunnel wieder. Von vorne wieder. Oh, oh, irgendwer. Von vorne. Schießt da schon wieder. Ja, von dieser Seite. Lade nach. Flammwerfer. Ja, hoffen wir. Au. Au. Au, ey. Da haben wir ihn. Bist du tepert heute. Und den. 9. Wien. 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 So ein Drecksau. Ja, ja. So. Verrängt er auf mich zu, da, die blöde Kuh. ich glaube kaum was ich hier aber ihr musstet auch jede menge durch ich hab nur rumgegammelt naja wir haben karten gespielt aber wo kommt man da rein den schlüssel habt ihr auch für den für den versorgungsraum hier ist doch vorwärtsraum das ist doch schön wohnlich aus hier bin ich auch gerne mehr so da kommt um die Gegner nach draußen das was das was ich habe um umgeballert hast umgeballert habe 2 die Panne nicht ganz was nicht so toll und dann wenn man sich platzten so ich habe ja exklusiv werden also die Treppe runterkommt genau zu erwarten dass sie zu uns kommen das kann man auch mal und kommen und ich habe schon ja zudem eine jammert aber ganz schön rum ich bin und Tote Line, da ist einer. Okay. Ach du bist schon da. Sind so noch grüne von uns? Ich denke mal es ist alles safe, ne? Ja. So, wo gehen wir das nächstes hin? So, warte. Guck ich mal raus hier. Ich hab jetzt zwar ganz aufgeregte Musik. Ich auch, hab ich auch noch. Hier unten ist noch ein Kontrollpunkt, den holen wir uns jetzt nächstes weiter. Ach, es gibt Fallschaden. Ja, ein bisschen. Ja, hab ich gemerkt. Okay Leute, kommt, wir haben nichts zu bezahlen. Warte ganz kurz, ich will nur noch das eine, äh, das links umändern. Das, äh... Kein Problem. Bums hier links. Überhaupt kein Problem, Anna. Die Masier oder die Kinder sind noch nicht zurecht. Ähm, das hier will ich wieder haben. Okay. Das war's schon, fertig. Sehr gut. Ah, es hat markiert, ne? Ja. Ja, ja. Verbündeter Kontrollpunkt entdeckt. So, Ressourcen können wir abgefangen. Ja, sehr gut. Ja, hab ich mal gemacht hier. Ah, wow, du bist einfach, einfach spitzer. Da. Wahrscheinlich vorhin bei so Röbel nebenbei, die Ressourcen, da kommen ja so viele. Ja. Weißt ja nie, was hier eigentlich so schön ist. Ja, da ist aber mehr dunkel als hell. Das ist schon wieder so dunkel. Das nervt. Das ist so anstrengend. Ja, ne? Nachts. Mhm. Aber es ist schon wieder Soundbuck. Ja, ich auch. Ja, ja. Aber heute ist es ganz schlimm. Heute ist es echt extrem. Na, sie bereiten Update vor, hast du gesagt, ne? Ja, ja, ja. Das ist keine Entschuldigung. Well. Ja. So, da hinten lauert noch irgendwas. Und ich spür's noch nicht mal wo ungefähr. Ach, da. Okay. Hier macht er schon. Ja, penetriert. Da Reddy und ich hier. Gehen wir direkt weiter, oder? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ich bin schon weiter. Daddy ist schon weiter vorne. Ach so. Du bist mit der Anne. Du bist ganz alleine hier. Ah, ich bin auch gleich hier. Ja, ja. Mit der Anne bist du dort. Ich bin völlig durch den Wind. Merkt man überhaupt. Das Nest, Kontrollpunkt. Oh, ich komm mit, Daddy. Da müssen wir rein. Ich warte. Ins, ins Nest stehst du. Oh. Besten Nest. Oh, ist das geil. Schatz, verfügbar sogar da drinnen. So. Seid ihr schon da? Kann ich mir eine Su-Kamine werfen? Ähm. Ja, warte mal. Daddy, wo wirft ihr hin? Nach links oder nach rechts? Dann werfe ich nach rechts. 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 Okay. Ok. So. Ähh. Dann war ich nicht. Oh. Hier fahren Autos rum, Leute. Oh nein. Stop. Ich hasse die Autos. Danke. Ciao. Da hat er mich ziemlich und bisher gehabt. Da. Okay. Feind ist der Anführer entdeckt. Nächste Seite. Lade nach. Wieso kann ich mit der Drohne nicht anvisieren, dass die Drohne drauf losgeht? Mit R1 ganz kurz? Ja, tu ich. Aber... Will er nicht? Habe ich vielleicht die falsche Drohne ausgewählt? Was habe ich denn für Drohne? Was das kann sein? Oben auch? Nein, ich muss schauen. Vielleicht habe ich eine andere Drohne. Nein, es geht nicht. Das nervt. Das steht nur über mir. Nein, das bringt mir was. Was? Hast du eine Heid Drohne? Wurscht, ich habe die Suchermine wieder raus. Genau. Die Suchermine ist ein Hammer. Ja. Die Suchermine ist ein Hammer. Doch, man. Aber es geht gleich weiter. Ja. Ich verbarrikadier mich oben drauf. Ja. Ich verbarrikadier mich oben drauf. Ja. Ja. Wo? Da hinten sind sie. Da kommen sie. Ja. Ja. Ich will zum Geschütz gehen. Das Arschloch nimmt mir einfach das weg. Treffen. Treffen tut er ja auch nichts. Ja, ist ein KI. Darfst du den ab hinein? Ich wollte es gerade nehmen, wenn sie geschützt nimmt mir sie weg. So ein Arsch. Wo Ego ist. So. Ja. Was mir gerade Angst macht, ist, dass ich genau neben dem Benzinkanister hocke. Ja. Das ist Arsch. Ja. Jetzt kommen sie von hinten. Oder was? Ja. Von vorne. Echt? Kommt die hier reingelaufen? Das? Ähm. Ha. Die können nicht von unten kommen. Nein. Nein, das ist eine andere Mission, die kleinen Punkterl. Ja. Die kommen wir schon von der Seite da. Okay. Jetzt hat er meine Deckung genommen. Ab und weg. Ah. Das Geschütz ist geil. Machst du das gerade gerne? Nein. 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 undcciones. Ja. Nein. Ja. Ja. Jetzt. Verdammt, das ist da auf dem Weg. Ah, hier unten. Oh Gott, wir haben es geschafft! Das Nest eingenommen. Oh Gott, wir haben es geschafft! Ich hab nur gesagt, das war so aufregend. Ist das super. Vorratsraum reigeschalten, Leute. Ja, dann gehen wir rein zum Vorratsraum. Ich bin auf den Schatz gespannt, da stand ja irgendwas mit Schatz, ne? Aufwachen! Wo ist der Schatz? 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 Na ja, war jetzt nicht sowas weltwegend. Ah, Kisten ist da nur, oder was? Ne, hier ist noch einer. Noch einer? Wie sehe ich nur der Große da? Aber eine Waffenkiste müsste doch hier eigentlich auch sein, oder? Äh, bin ich ein bisschen enttäuscht dafür, dass das Ding Das Nest heißt. Hier ist es auch nicht, das man kennt. Rucksackerl, die. Ja, das stimmt nicht. Also, ich hab jetzt, war voll. Also, ich war, ich war, ich war, ich bin, das gibt's ja nicht. Ich hab so viel gefunden jetzt, das kann nicht sein. Wann da, weil ihr nur an Bieten seid. Keine Ahnung, was du meinst. Ich muss was zerlegen, Moment. Ich lass euch immer was zum Spenden übrig, ne? Ja. 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 Das ist sehr okay von dir. Ah. Ich hab das auch nur gemacht, damit ich's sehe, falls wir hier irgendwas übersehen haben. Ja, hier hinter der Tür ist tatsächlich noch was. Wir müssen hier irgendwie noch durchkommen. Ja. Vielleicht von unten. Ich hab Druck auf den Moment gekriegt. Hast du Druck auf den Moment? Ja. Ja. eine wichtige Herstellungsresource zum Herstellen von Motz. Okay, also ich geh noch, ich geh jetzt noch mal unten schauen, ob man unten vielleicht irgendwie in das Gebäude reinkommt und dahinten dann nicht. Ja. Ja. Jetzt kann ich wieder alles mitnehmen. Super. Wir brauchen größer Rucksack, so kann das nicht weitergehen. Mit 60. Ah, das geht nicht. Der absolut letzte Dreck. Ja, so ein kleiner Rucksack, das geht doch nicht. Wo hast denn das gesehen, wenn das ja da irgendwo ein Schatz sein muss? Ich, ich, ich hab gespendet. Da leuchten ja dann immer die, die Felder, die man looten kann, leuchten dann ja auf. Okay. Danke, Agent. Da hab ich gesehen, dass hinter der Wand irgendwie hier noch was ist. Können wir andere Aufgaben angehen. Willst du auch noch was spenden? Anne? Was? Willst du auch noch was spenden? Ach nö, mach ich. Mach ich viel, wenn man viel verdient. Ja, ja. Wie muss es da noch reingehen? Das gibt... So, wo seid ihr? Wir gucken grad noch ein bisschen rum. Ich geh mir hier grad noch ein bisschen rum, weil ich unbedingt dahinter will in dieses... Was ist denn? Keine Ahnung hab, wie ich da reinkomme. Hm. Sieht man irgendwo, dass da was hinten ist? Weiß ich ja nicht. Ach so, ja, auf der kleinen Minimap. Ja, ja, da. Da muss was sein, oder? Ne, ja. Na, das ist die Kisten da. Die große Kisten. Da ist eh nichts angezeigt auf der Minimap. Wie gesagt, ich hab halt, wenn du spendest, kannst du ja dann hast du ja für zehn Minuten hast du ja diesen, äh, Lootsucher, ne, dass das halt zu orange blinkt, dass du dann was du mitnimmst. Ach so. Da wird bei mir halt hinter dieser Wand was angezeigt, aber so, wenn ich nach dem Soundbugs gehe, kann das auch... Da kann ein Bug sein, ja. ...verschoben sein, weil kurz davor sind ja die zwei anderen Kisten. Was mich ärgert, dass das hier keine Waffenkiste gibt. Ja, warum? Normalerweise ist es immer eine Waffenkiste drin. Ja. Bis jetzt war es halt so, ne, aber... Vielleicht haben sie es auch schon wieder geändert. Keine Waffenverluter. Bei jedem, bei jedem Update wird irgendwas geändert. Wird halt verschlimm besser, ne, das Ganze. Ja. Ja, absolut nicht. Ärgert mich. Na gut, aber ich stehe immer in der Kiste, falls ich in der Kiste bin, die du meinst. Wo ist A.K. Anna? Einmal im Haus rumgelaufen. Das ist Sonderes. Keine Waffenkiste. Das ist Sonderes. Ja, das ist die. Okay, also sind es keine Waffenkisten. Gut, dann hat dieser Kontrollpunkt keine Waffenkiste, schade. Lohnt sich also nicht, das Ganze einzunehmen? Ja. Trotz gekauft. Oh ja, lohnt sich auch für Spenden. Ha, ha, ha. Es lohnt sich sehr viel dafür, dass wir nämlich jetzt hier Foggy Button alle Kontrollpunkte eingenommen haben. Wupp, wupp. Super, ne? Hier ist der Waffenkiste. Leute, hier, Waffenkiste. Komm mal. Moment, wo? Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Hat aber nicht mit dem, ich weiß nicht, was mit dem Kontrollpunkt zu tun hat. Wo bist denn, Anna? War Anna. Die ist einmal ums Haus gelaufen, ne? Ja. Aha, okay. Ja, dann... Hinterher, zur Anne. Da, hinterher. Oh, was Schönes drinnen? Ich hab's nämlich auch gemacht. Ich wollte das erst machen, wenn ihr da seid. Moment. Damit ich zeigen können. Ich bin ja zum Grundfest. Hier. Hä, wie bist du da hingekommen? Ach, dahinten ist der Eingang. Okay. Ja, da ist auch ein Rucksack. Hier. Dann nehmen wir auch noch mit. Hier. Ah, okay. Dann hier rum. Hier hochklettern? Genau. Und dann das links. Goldene Loot einsammeln. Und da hinten ist dann die Kiste auf der Parkbank. Ui, da war ich auch unter die hier. Halt durch die Übertragung erkalt. Ja, Dings. Nehmt euch. Gönnt euch. Okay, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. 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 Oh, ne High Ends. Ne Vector. Ah, hier P416 Scheißdreck. Geh mal, geh mal weg zu. Weißt du, Avengers? Ja, ja. Geh doch mal weg zu. Es wird nicht besser. Ne. Aber ich würde sagen, mit so nem guten Witz beendeten wir die Folge. Ja, genau. Ja, ne? Wir lassen uns einfach mal so im Raum stehen. Bis. Und sagen bis zum nächsten Mal. Genau, ist vielleicht auch das Beste, ne? Und so aufhören, wenn's am Schwester ist. Na richtig. Oder nicht besser wird. Richtig. Gut. Ciao Leute. Tschüss. Pfiatde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Baba. Baba. Wuhuuu. Bot.